hallo und herzlich willkommen ich bin es der technik bogey oder auch einfach nur bogey und zwar ist es hier mein kanal und ich möchte euch einfach mal in ganz kurzer zeit vorstellen worum es in diesem kanal geht schaut mal da schaut mal da und da und da der bogey ist überall überall und nirgendwo nein quatsch worum geht es hier in diesem kanal der name technik sagt ja schon viel aus aber technik ist ein breites spektrum worum wird es denn in diesem kanal gehen ihr seht jetzt momentan hier unboxing aber ihr seht auch technische videos ja wir werden nicht die klassischen unboxings machen von wegen hier ich mache einen karton auf halt euch in die kamera bitteschön das ist das produkt auf wiedersehen nein bei mir gibt es auch immer ein review ich werde hingehen ich werde das produkt testen ich werde einstellmöglichkeiten testen insofern das bei dem produkt halt machbar ist und werde euch auch dann meine fazit mein fazit dazu nennen und auch sagen warum ich mir das dann gekauft habe beziehungsweise was ihr vielleicht noch ein bisschen noch machen könnt also noch ein bisschen über den tellerrand hinausschauen also noch ein bisschen das ganze drumherum erfassen und sowas ja also ihr werdet hier ihr werdet unboxing sehen ihr werdet produkte sehen ihr werdet tipps und tricks finden zu diversen computer problemen oder auch hardware problemen die ich dann mir mal hierzu zu gemüte führe und beziehungsweise versuche euch zu erklären euch näher zu bringen und es wird auch vielleicht den einen oder anderen talk geben wenn wir uns einfach mal hier gemeinsam über it themen unterhalten ja oder ich habe euch mal erzähle warum was in der it wie läuft weil ich mache das schon mein leben lang und ja ich denke das reicht auch für so ein kanaltrailer wir sind auch gar nicht unnötig in die dänge ziehen oder also von daher wünsche ich dir viel spaß auf meinem kanal dem technik bogey also bis dann macht's gut ciao